Ich habe euch einen Trick, wie man diese trübe Fläche wieder klar kriegt, und zwar nimmt man da einen Brenner. So, jetzt machen wir nochmal den Brenner an. Sieht man, wie das jetzt so schön glänzt und flüssig wird. So, jetzt machen wir nochmal den Brenner an. So, jetzt machen wir nochmal den Brenner an. Dann nehme ich für diesen Zweck jetzt einfach die zwei Bausteine und lege sie aufeinander. Dann habe ich der gleiche Effekt.